Ich möchte heute beim elektrischen Strom drei Größen erklären. Die Stromstärke, die Spannung und die Ladung. Ich mache das mit dem Skifahrermodell. Das heißt, es geht hier den Hang hinauf mit dem Lift und dann über die Piste wieder hinunter. Und beim Strom schaut es dann anders aus. Da habe ich hier eine Stromquelle und irgendeinen Verbraucher. Also hier eine Glühbirne und eine Spannungsquelle. Und der Strom fließt jetzt über die Spannungsquelle. Die Glühbirne leuchtet und der Stromkreis ist geschlossen. Ich fange an mit dem Skifahrer. Der entspricht der Ladung. Ein Skifahrer kann auch stehen bleiben. Eine Ladung kann auch irgendwo sitzen, ohne sich zu bewegen. Dann habe ich keinen fließenden Strom. Die Ladung hat den Buchstaben Q. Die Einheit Coulomb. Und fertig. Ein Elektron. Ein E hat 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Ist sehr wenig. Also 19 Stellen hinter dem Komma. Und jetzt als nächstes kommt die Stromstärke. Also die brauche ich jetzt. Da gibt es eine Formel, die sehr wichtig ist. I ist Q durch T. Das heißt, die Stromstärke ist die Ladung pro Zeit. Ich kann mir das jetzt hier so vorstellen. Also in meinem Skifahrermodell. Das ist die Skifahrer durch die Zeit. Das ist die Skistromstärke. Das heißt, ich muss jemanden hier an die Piste hinstellen. Der hat einen Zettel und der hat eine Uhr. Und der zählt jetzt, wie viele Skifahrer pro Minute kommen jetzt bei mir vorbei. Und das ist die Skifahrerstromstärke. Also wenn die nur alle Pause machen, dann ist die Stromstärke auch null, wenn sich nichts bewegt. Und je mehr pro Minute vorbeifahren, desto größer ist die Stromstärke. Um das hier im Stromkreis zu messen, muss ich den Draht unterbrechen. Und hier ein Messgerät einbauen. Und dieses Messgerät misst jetzt wirklich, wie viele Elektronen kommen an meinem Messgerät pro Sekunde vorbei. Und damit messe ich die Stromstärke. Die Stromstärke hat eine Einheit. Also I Stromstärke. Also I Einheit ist Ampere. Das ist die Stromstärke. Genau. Noch eine Bemerkung. Die Formel I ist Q durch T. Die könnte ich auch umstellen. Also da kann ich auch sagen, Q hier. Q ist I mal T. Das heißt, ein Coulomb ist ein Ampere mal eine Sekunde. Ist eine Ampere Sekunde. Und das hängt mit dem Handy zusammen. Also beim Handy habe ich so Angaben wie zum Beispiel 3000 mAh als Kapazität des Akkus. Diese Ampere, die hören sich wie Stromstärke an, ist es aber nicht. Das sind 3000 mAh. Das sind 3000 mAh. Das Milli ist ein Tausendstel. Millimeter, tausendstel Meter. Dann habe ich die Ampere und Stunden sind 60 mal 60 Sekunden. Und wenn ich das ein bisschen umstelle, dann habe ich hier 3000 durch 3, 3 mal 3600 Ampere Sekunden. Und das ist Coulomb. Das heißt, die geben mir an, welche Ladung, also das ist 3 mal 3600 Coulomb, welche Ladung in meinem Handyakku auf mich wartet, wenn er voll geladen ist. Handyakku ist Ladung. Diese Bemerkung weg, weil jetzt kommt die Spannung. Wozu brauche ich eine Spannung? Die Raumtemperatur ist Grad Celsius, da gibt es auch keine zwei Größen und beim Strom brauche ich zwei Größen. Spannung eigentlich drei, Spannung, Ladung, Stromstärke. So, im Skifahrermodell ist die Spannung hier der Höhenunterschied zwischen Berg- und Talstation. Ja, das könnten hier zum Beispiel 50 m sein. Und genau das gleiche mache ich hier. Ich messe die Spannung nicht, indem ich ja wie die Stromstärke mich reinsetze, sondern ich muss hier zwischen zwei Punkten die Spannung U messen. Also Spannung immer zwischen zwei Punkten. Ich könnte auch hier, der Höhenunterschied hier ist dann vielleicht nur 25 m, immer zwischen zwei Punkten. Es macht keinen Sinn, einen Höhenunterschied an einem Punkt anzugeben und bei der Spannung ist es genauso. Also, ich kann auch hier die Spannung angeben und schauen, welche Watt, hier, ich habe hier 50, weiß ich aber nicht. Hier, Spannung U messen und fertig. Schreiben wir auf, also U, die Einheit ist Volt, das ist die Spannung. Und das entspricht der Höhendifferenz zwischen zwei Punkten und hier auch, Spannung zwischen zwei Punkten. Also wir haben eine Spannung, Stromstärke, eine Formel und die Ladung. Genau.